Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war TG Gaming, Fluffen am Start, heute mit dem 919 Uhr Content, wie jeden Tag für euch am Start und heute Mittwoch natürlich ein neues Team of the Week und Thielemans, die alleinige, tatsächlich alleinige SBC am heutigen Tag. Wir gehen rein, werden uns bequatschen, top oder doch ne Flop SBC, ich bin gespannt auf eure Meinung, gebe euch gleich meine Meinung diesbezüglich mit, vielleicht wird am Ende des Videos auf jeden Fall schlauer, das hoffe ich sehr und da würde ich sagen, legen wir los und zwar rein ins Video. Ja Freunde und bevor wir rein starten, falls ihr es feiert, dass ich täglich für euch am Start bin, nehmt euch noch kurz die 1 Sekunde Zeit, lasst einen Daumen nach oben da, dass wir euch unterstützen, lasst doch gerne einen Kommentar davon, ich habe es gesehen in letzter Zeit, habt da nicht viel wirklich interagiert mit dem Video, ich weiß, dass ihr das könnt, also holt es gerne nach an dieser Stelle und wie gesagt, gerne die Glocke aktivieren, falls ihr noch kein Abo dagelassen habt. In dem Sinne, starten wir rein, wieder jeden Tag erstmal natürlich auf ganz entspannte Weise mit der Technik Fantasy FC Challenge und da geben wir heute mal wieder einen 78er gerateten Squad ab. Ja, hauptsächlich jetzt hier in die Bundesliga gegangen, nehmt das Trader Pack gerne mit oder lasst es am Ende des Tages sein. In Bezug auf Fantasy, auch eine interessante Information, seit ein paar Stunden ist sie aktiv und zwar die ersten Upgrades, die sind reingekommen, das war heute der Tag und vor 19 Uhr sind die ersten Upgrades schon reingekommen. Da werde ich morgen separat und zwar mittags ab 13 Uhr hier auf dem Hauptkanal ein Video machen zu den Fantasy Upgrades, das schauen wir uns hier gemeinsam on Detail mal an, die jeweiligen Upgrades und ja, da habe ich viel Bock drauf, wer wir morgen Mittag dann als separaten Upload auf jeden Fall machen. Heute schon separat online gekommen, die 81 Plus Player Picks, 100 Mal haben wir die angegriffen, das Video dazu findet ihr schon mal auf dem i oder nachher gerne in der Endcard. Ja, Refresh hat natürlich auch die 85 Plus Player Big SBC, aber wirklich die leidige heutige SBC ist Juri Thielemanns, Freunde und die wollen wir jetzt gemeinsam bequatschen, zwei Wochen ist die SBC da, drei Segmente und jetzt kommt das Aber, er bringt natürlich auch einiges mit. Ja, wir haben 4 Star, 5 Star, schon auf seiner Base Karte, Mittel-Mittel-Arbeitsraten, 1,6 Liter Körpergröße, dann haben wir ZMZ, der eben die Position, SNW, Premier League und Belgien mit dabei und dann natürlich eine, ja, wie wir Thielemannskarten im Allgemeinen natürlich kennen, eine sehr, sehr ausgeglichene Karte. Vor allem den Tempo Boost, den hat er natürlich mehr als gebraucht, endlich jetzt hier mal am Start und eine brauchbare Thielemannskarte, denn wir haben auch zwei Play Stars Plus, insgesamt 8 Spielziele sogar und eben natürlich dann jetzt die Möglichkeit, sich abzugraden. Wir haben jetzt den Standard Base Karte von 89 sozusagen, kann sich also auf den 93 hochboosten mit einem Plus 4 Upgrade und sagen wir mal so, so schlecht sieht es nicht aus. Ich habe eben schon mal nachgeschaut, wir haben Punkt 1, er ist nicht verletzt, gut EA, keine verletzten SBC, diesmal am Start, schon mal sehr, sehr nice und die Wahrscheinlichkeit, dass er das ein oder andere Upgrade auf jeden Fall kriegt, ist sehr, sehr hoch und ich glaube EA weiß das selber auch. Gucken wir kurz in den Spielstilen, da haben wir vier insgesamt bei Passen, einer weiter Pass als Play Stars Plus, zwei bei Ballkontrolle, da ist First Touch Play Stars Plus dabei und zwei in den Toren, aber das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus, damit kann man arbeiten. Jetzt kommt aber der kleine feine Haken bei der ganzen Geschichte, denn EA sagt, wir müssen 84er mit Team of the Week, einen 86er Great Squad abgeben und einen 88er Great Squad und das, gerade der 88er Great Squad, der haut halt richtig rein, ja. Das sieht erstmal grundsätzlich definitiv teuer aus und jetzt kommt das große Aber von meiner Seite aus. Wir haben damals das Ganze ähnlich gleich bei Werner gesagt, bei der SBC, die es auch wirklich teuer ist. So, die Werner SBC, die Karte hat sich heute schon mal mit dem Plus Eins geupgradet. Wie gesagt, die Upgrades, das wird jetzt heute im Videorahmen sprengen von heute, die schauen wir uns gleich on detail genauer an. Aber Thielmanns, ja, der sieht jetzt erstmal teuer aus, was ist das, über 300k auf jeden Fall mit dem 88er Great Squad, aber er ist Premier League, Freunde. Er kann hochgehen auf der 94, tendenziell wird er mindestens auf die 91 hochgehen und dann ist das halt echt eine richtig, richtig geile Karte, wenn wir ehrlich sind. Er hat 9 Sterne, er hat 2 Plays plus plus, also eigentlich alles, was man so im Allgemeinen braucht. Und ganz ehrlich, Freunde, Werner habe ich, ja, mit dem alles, was wir da haben, Tauschvorgänge, SBC und so weiter und so fort, ja, habe ich wirklich Werner in 2 Tagen gecraftet, die 5 Segmente. Und das sind jetzt 3 Segmente bei Thielmanns und seien wir mal ehrlich, Freunde, miteinander, den 84er Timotik und 86er ist easy zu craften und hat man relativ schnell beisammen. Es geht im Endeffekt nur um den 88er Great Squad, den man dann craften müsste in den nächsten 13 Tagen und deshalb würde ich euch ganz empfehlen, direkt am Anfang des Videos hier zu sagen auch, echt abzuwarten. Die 13 Tage auch aktiv zu nutzen, ja, und erstmal gucken, okay, ja, wie entwickelt sich das denn? Beispiel dafür ist zum Beispiel auch hier folgende Karte oder SBC, die ich selber auch noch nicht fertig gemacht habe. Und zwar die Buongiorno-Karte. Wir haben erstmal gesagt, oje, was ist da los, er ist doch verletzt gewesen, wo die SBC rauskam. Jetzt hat er schon das erste Upgrade zum Beispiel aktiviert, 89er greatet. Das sind 2 Segmente, der ist noch komplett 6 Tage da, den werde ich noch machen, aber halt alles Step für Step, kurz vor knapp sozusagen. Genauso führe ich, werde ich auch noch machen zum Beispiel, hat auch noch 2 Segmente, ja, also alles Step für Step und dafür ist das nice und das finde ich allgemein geil, dass wir halt hier wirklich 2 Wochen Zeit haben und die würde ich, und das ist mein Tipp von meiner Seite aus direkt, würde ich auf jeden Fall auch aktiv nutzen. Ja, aktiv nutzen, Freunde, werde ich euch jetzt hier folgen, ist und zwar das neue Team of the Week. Denn, ihr werdet es auf dem Thumbnail wahrscheinlich schon gesehen haben, Messi ist natürlich mit dabei. Und generell, wenn wir uns die erste obere Reihe mal anschauen, richtig geiles Team of the Week teilweise mit dabei. Wir haben Messi, wir haben Ozyman, bekannte Namen, Foden natürlich, darf nicht fehlen nach dem Spiel. Dann haben wir O'Reilly als 88er Feature Team of the Week, wohlgemerkt, mit 2 Team of the Week Playstyles, sorry. Messi mit 2 Playstyles, natürlich, Ozyman auch, ihr seht es, Solov ist dabei, unter meiner Facecam sieht der Grimaldo. Dann haben wir Taliska als 88er Version, dann haben wir Areola als Feature Team of the Week. Leider habt ihr ja Torwart keine Playstyles-Plus, das ist ein bisschen blöd. Dann haben wir Koivisto, 2 Playstyles-Plus noch bei ihr, 87er Rating, Debritz ist dabei, Kopet. Und dann werden die Karlslaut und Fels sich freuen, Ache ist mit dabei, mit einem Playstyles-Plus. Und ja, sonst sehen wir auch altbekannte Namen, ja, hier von Augsburg, Demirovic, Galeano ist dabei. Und ja, generell gucken wir uns gleich das Team of the Week Nummer 25 direkt mal an. Natürlich Team of the Week 25, das sind immer so die Caps 10, 5 und so. Da ist natürlich mal wieder Messi mit dabei. Man kennt sie, hey, will natürlich uns hier Richtung Packs auf jeden Fall schon mal jagen. Aber da habe ich auch gleich weitere Informationen noch zu, äh, äh, später. Ja, also das wird gleich auch noch sehr, sehr interessant. Denn, oder ich zeige euch jetzt schon mal kurz, worauf es hinausläuft. Wir haben auch neue Loading-Screen in Bezug auf die Showdown-Series am Start. Die geht los in genau zwei Tagen. Das wird also die Promo sein, die in zwei Tagen beginnt. Dazu gleich nochmal weitere Informationen, was mit der Promo auf sich hat. Ähm, genau, aber das ist schon mal der neue Loading-Screen, der jetzt eben heute um 19 Uhr neu am Start ist. Ja, Juri Telemanns, die alleinige SBC, die heute rausgekommen ist. Und ich gehe mal davon aus, sehr wahrscheinlich, dass wir in den Zielen auch nicht großartig Neues mit am Start haben. Nee, 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 sieht alles nicht danach aus. To be honest, zack, Meilensteine, auch nichts Neues am Start. Das heißt, das können wir schon mal abhaken. Dann gehen wir zum Shop. Und da ist natürlich jetzt auch die Frage, wir haben jetzt morgen Donnerstag, dann schon Freitag die neue Promo. Wann öffnen wir welche Packs? Warten wir da, tendenziell bis Freitag nach 19 Uhr, um das Ganze zu öffnen? Oder öffnen wir jetzt eben noch zur Fantasy-Karte-Promo, wo wir wissen, es sind Live-Karten und die können sich eben noch upgraden. Auch da lasst mich gerne bei eurem Morgen dazu wissen, wie ihr jetzt da vorgehen werdet mit euren jeweiligen Packs. Würde mich auf jeden Fall mal extrem interessieren. Ja, machen wir gerade mal hier das Trailer-Pack auf, was wir uns eben ergattert haben. Ich weiß, viele Fantasy-Karten aus dem aktuellen Team haben wir schon gezogen. Noch wenige Heroes, wenn wir ehrlich sind. Aber wie gesagt, was es noch nicht ist, kann noch werden. Und insofern, wie sagen wir so schön immer, die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Machen wir mal gerade hier ein paar Packs auf, bevor wir gleich das Steelers nochmal im Detail anschauen. Das Team of the Week. Ja, so Klassiker eigentlich am Mittwoch. Stoes und Marta, okay, ein bisschen Rating. Und ja, sonst alles Standard, zack, zack, zack. Dann machen wir wieder das 84-Plus-Pack auf. Deutschland. Auch da alles Standard. Alles Standard natürlich. Habe ich zum Glück abgegeben, meine SPC. Nabri 84er Rating. Und was haben wir noch? Ich meine, wir haben das 84-Plus-Pack am Start. Will ich das jetzt schon eröffnen? Vielleicht irgendwas morgen eröffnen? Lass mich gerne mal wissen, was wir machen sollen mit dem 84-Plus-Pack aus dem Reward. Die haben wir. Uh, stimmt. Da könnten wir auch noch einiges anstatt SPC-Futter in die reinknallen. Machen wir so ein 27er-Pack auf. Das ist natürlich auch sehr, sehr nice. Spanier, ZOM. Und alles Futter. Können wir auch schön mit wieder Player-Picks grinden. Das wird auf jeden Fall auch sehr, sehr nice. Zack, kein Duplikator, wo wir das Ganze sehen. Und da machen wir noch ein Pack auf hier von den 38. Guck mal hinten ran, was noch für Packs am Start sind. Jumbo-Premium-Packs. Wo kommt der? Hä? Habe ich nicht hinten noch 50-K-Packs gehabt? Oder 100-K-Packs? Wahrscheinlich werden sie einfach gerade nicht angezeigt. Aber reine Spieler-Packs nehmen wir mal mit. Zack, zack, zack. Die jetzt untraden. Machen wir mal kurz Discard. Und dann... Ah, hier hat man Treadle-Pack noch. Oder nicht? Naja, habe ich mich verguckt. Perfekt. Ah, da war doch mal das 50-K-Pack. Was ich gesucht habe. 50-K-Pack gönnt. Oh. Oder halt auch nicht so wirklich. Oder doch. Warte mal, kann doch... Nee, ist tatsächlich nicht. Ist es leider nix. So, was ist wieder mit den Servern los? Alles klar. Danke dafür. Kümmer ich mich gleich drum. Dann lasst uns weitermachen, Freunde. Und zwar mit der Thematik um die Showdown-Series. Die Frage wahrscheinlich jetzt auch schon in die Kommentare gestellt. Ja, wie sieht es aus? Showdown-Series. Natürlich geht es um Showdowns. Showdown-SBCs, die wir in der nächsten Zeit auf jeden Fall erwarten können. Erwarten werden. Und EA hat diesbezüglich am Montag eine Information. Vom interessanten Punkt hier quasi released. Und zwar Campaign Re-Releases. Player of the Month SBCs. And plenty more. Here's a quick look at what's to come in Ultimate Team this week. Also, das heißt, diese Woche werden wir unter anderem noch Kampagnen Re-Releases bekommen. Das kann inkludiert sein tatsächlich in dieser Showdown-Series, wenn wir denn so wollen. Erwarten uns außerdem noch PUTMs der Serie A und eben der Premier League. Heul und Dein, der Premier League unter anderem schon mal geleakt. Der wird kommen. Und dann Upgrade-SBCs. Neue E-Bus. Die haben wir ja teilweise auch schon diese Woche bekommen. Showdown-SBCs. Da ist eben auch wieder quasi der Punkt in Bezug auf den aktuellen Loading-Screen. Showdown-Series und eine Icon-SBC, die kommen soll. Zeige ich auch gleich, welche da noch unter anderem, ja, mehr oder weniger geleakt worden ist. Ob die jetzt direkt schon als nächstes kommt oder dann doch erst in ein oder zwei Wochen. Das werden wir uns gleich anschauen. Aber wie gesagt, das tells you hell auf jeden Fall, was uns diese Woche im Allgemeinen erwarten kann oder erwarten wird. Und wo ihr dann auch schon mal wissen könnt, okay, das erwartet uns zur Showdown-Series. Und da in Bezug auch auf den Markt natürlich, in Bezug auf, ja, im Sinne von, wenn ihr jetzt zum Beispiel Versus-Karten haben solltet. Wenn ihr Winter Wildcard-Karten haben solltet. Wenn ihr eben die Champions-Seek-Karten haben solltet. Dann guckt eben auch, ob ihr sie Trailer habt oder nicht. Ja, ich habe jetzt den First Honor Untreaded Road to Glory, da brauche ich mir keine Gedanken machen. Aber da werdet ihr natürlich auf jeden Fall, wenn dieser Campaign-Re-Release ist natürlich, die so ein Best-Of, wird das wahrscheinlich dann eben im Endeffekt sein. Ja, dann wird natürlich auch auf dem Markt dementsprechend das ein bisschen runtergehen. Weil eben Packs geöffnet werden, die werden wieder gezogen. Und dann eben natürlich der Preis-Drop auf jeden Fall am Start ist. Zum Team of Dominique, Freunde, kommen wir jetzt gleich. Da schreibt ihr ja hier, Kampf um die Tabellenspitze ist eben voll im Gange. Team of Dominique 25 ist jetzt verfügbar eben in Ultimate Team. Ja, dann gehen wir erstmal rein mit Thielemans. Und hier haben wir übrigens die SBC, die kommen soll. Charcinio soll tatsächlich ans SBC kommen. Auch sehr, sehr interessant. Ist jetzt schon 260k gefallen vom Preis her. Ist heute um die Mittagszeit auch geleakt worden. Soll eine SBC kommen? Ja, und der Normal-Cruise soll ja auch kommen. Also bezüglich auf eigene SBCs können wir uns, glaube ich, jetzt auch wieder warm anziehen. Und je nachdem, da sind wir dann wieder beim Thielemans-Thema sozusagen, ist das natürlich auch ein Punkt, wo ihr sagt, okay, ich halte mein SBC-Futter erstmal zurück. Mache eben die und diese SBC eben nicht. Um mir dann zum Beispiel, wenn ihr Bock habt auf Charcinio, eben die Charcinio-SBC zu gönnen. Kruf-SBC zu gönnen. So und so weiter und so fort. Ja, aber Charcinio soll kommen. Auf der rechten Seite. Viele werden Beste haben. Ja, aber es wäre auf jeden Fall eine Sache, der soll kommen. Wann? Das ist die Frage. Werden wir noch gemeinsam herausfinden. Ja, dann machen wir jetzt kurz Juri Thielemans das Thema zu. Gehen aber kurz zum SBC-Überblick. Dass wirklich heute die einzige SBC, die einzige SBC rausgekommen ist. Ist jetzt hier gedaumt worden mit 14% Daumen hoch nur und 86% Daumen runter. Ist bei tatsächlich 316.000 Münzen. Und wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt. Ja, das sieht jetzt erstmal teuer aus und ist es im Endeffekt auch. Wobei ich die ersten beiden Squads ausklammern würde tatsächlich. Im Endeffekt haut wirklich diese 88er richtig hart rein. Das müssen wir ehrlich sagen. Aber, und das ist halt der Punkt, er hat 9 Sterne. Und ja, er hat eine Daseinsberechtigung, wenn wir das so wollen. Wir können jetzt wieder die Diskussion öffnen und aufmachen. Ja, aber auf der ZMZM-Position habe ich Sawa am Start. Ja, die SBC, mit der bin ich völlig zufrieden. Ich habe einen geilen Modric. Ich habe dies und ich habe jenes. Das könnt ihr natürlich machen, Freunde. Ich will nur diese SBC jetzt erstmal alleine betrachten. Ja, und sonst muss es natürlich jeder für sich selber entscheiden. Und ich kenne nicht von euch allen den Squads. Der eine wird erst an Weihnachten angefangen haben. Der andere hat parallel mit mir mit dem Start des Spiels angefangen. Und so weiter und so fort. Das kann ich nicht verallgemeinern für alle. Weil halt jeder immer an einem anderen Step ist. Sozusagen mit seiner Road to Glory oder mit dem jeweiligen Account. Und deshalb kann ich das nicht komplett verallgemeinern. Wir müssen das aus mehreren Perspektiven dann einfach betrachten. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Aber was man halt eben sieht, er hat seine 4-Star-Fives. Der hat eine an sich ausgeglichene Karte. Und wenn man jetzt natürlich erst wieder Fan ist, da muss man auf jeden Fall reingehen. Ja, Belgian Link, auch sehr, sehr einfach. Premier League Link, sehr, sehr einfach. Und wie gesagt, die Option, er spielt wirklich regelmäßig aktuell. Dass er sich upgradet, ist sehr da. Und wahrscheinlich, zwei Upgrades würde ich sagen, auf jeden Fall nimmt er mit. Ein 90er Rating, safe. Und dann wahrscheinlich, das wäre natürlich der Traum von allem, die 4-Rate, äh, plus 4, äh, upgrade. Und dann auf die 93 hochzieht. Das wäre absoluter Wahnsinn. Und dann ist das definitiv eine Karte, die seine 300k, sag ich mal, sozusagen wert ist. Da sehe ich überhaupt gar keine Probleme. Sonst natürlich in Bezug auf die Position, ganz klar, ein Shadow drauf. Und dann Abfahrt und Let's Go mit dem Hasen sozusagen. Ähm, ja, und dann geht das Ding los. Ja, also Abfahrt, rein da, Let's Go. Also ihr seht, sieht einfach top aus. Stamina, dem fehlt nichts, dem fehlt nichts. Und Playstyles haben wir eben schon thematisiert. Ja, Freunde, also ich meine, ich kann euch nochmal die Base-Karte zeigen. 58 Grundtempo sozusagen. Wir haben 4 Dinge jetzt am Start. Und ja, wir können jetzt wieder E-Bus mit thematisieren und so weiter und so fort. Aber, ich habe es eben schon erwähnt, Pace-mäßig kommt der ja gar nicht an den ran. 82 Pace hat der jetzt. Ich, meiner Meinung nach, finde, das ist der gute SPC. Wie gesagt, man muss nicht reingehen, je nachdem, was man für Alternative auf der Position hat. Aber wenn ich es jetzt sehe, 20 Jilti drauf, 32 Pace, insgesamt 35 Spritgeschwindigkeit, 29 Antritt. Und dann haben wir 13 DEV und 11 Physis. Wow. Also das ist ein krasses Upgrade. Das hat es aber auch gebraucht, um ehrlich zu sein. Und damit insofern eine sehr, sehr gute SPC. So, und dann kommen wir jetzt zum Team of the Week 25. Yes, Messi ist dabei. Und wir gucken uns jetzt on detail alle mal an. Gucken uns die jeweiligen Upgrades an. Und da muss man ehrlich auch hier wieder loben an dieser Stelle. Was ich ja sehr gut finde, das Team of the Week ist im großen Teil, weil wir halt jetzt einen Rating Boost haben, auf jeden Fall positiver zu sehen als die Jahre zuvor. Ja, wir haben immer noch natürlich, sag ich mal, Futter am Start. Mit 85er geratetem Futter. Aber wenn wir jetzt den Team of the Week ziehen, dann ist der nicht mehr 80er geratet, 81 geratet, 79 geratet. So ein Low Rating, womit wir gar nichts anfangen können, sondern sie haben zumindest 85er Rating am Start. Und dann haben wir teilweise auch sehr interessante Karten. Grimaldo, da denke ich direkt an die Karten, die wir gestern gezogen haben. An die Winter Wild Card, der ja auch 88er geratet ist. Werden wir gleich in den Vergleich gehen. Aber wir haben natürlich auch einen Big Player mit dabei. Ozyman, ja, da können wir wieder die Evo-Geschichte ausklammern, sozusagen. Talisco, Taliska, genau das Gleiche. Foden, sehr, sehr nice Karte. Messi, auch hier schon die teuersten. Und dann, wenn ich den Rest mehr anschaue, tatsächlich. Also wir müssen eigentlich sagen, Ozyman, Messi, Foden, die Top 3. Und alles andere, auch preislich jetzt hier, hält sich im Rahmen. 30, 40, maximal 50k mit Areola noch. Der ist nice, dass er recht Featured Team of the Week bekommt. Aber wir gehen jetzt erstmal alles Step für Step durch. Fangen wir an mit Sir Huys. Der kommt tatsächlich auch in eine Evo, und zwar Gilles Goldscorer. Ah, guck mal, der passt da rein. Ist leider 3-Sterne, 3-Sterne. Das macht ihn natürlich absolut lost. Äh, 59, Gilles hier auch nicht interessant. Pace, Split ist absolut lost. 99, Hedling, explizit bei 1,80 Körpergröße. Das haut raus. Aber sonst, was für Fortuna-Sittert-Fans auf jeden Fall. Sonst Futter. Dimirovic leider auch, 3-Sterne, 3-Sterne. Das sehe ich überhaupt nicht gerne. Und ich glaube, auch die Augsburg-Fans nicht. Aber er ist zumindest jetzt am Start mit natürlich einem saftigen Upgrade. Dass es saftige Upgrades sind, brauche ich euch nicht sagen. Von den 69 hochgezogen. Natürlich sind das saftige Upgrades. Dimirovic. Und wir haben ja auch Nordin. Ja, da haben wir aus der League 1 am Start. Und auch hier 3-Sterne, 4-Sterne. Hm, Composure. Hm, ja. Starman Nano bei 74. Das geht besser. Dann haben wir Ache. Wie gesagt, auch hier natürlich ein Big Boost. Brauche ich euch gar nicht sagen. Kaisers-Sterne-Fans werden sich freuen. 2-Sterne, 3-Sterne. Nicht brauchbar immer. Im Normalfall, ja. Kawabe haben wir dann am Start. Ich meine, Places-Plus brauche ich jetzt, glaube ich, auch nicht thematisieren. First Touch. Äh, hat nice Agility Balance. 96 insgesamt am Start. Sehr cool. 99 Stamina. 99 mit ZM. Ah, okay. Als ZM wahrscheinlich hilfreich. Als ZM natürlich logisch auch. Aber hier vielleicht was für Standard-Lütig-Fans. Äh, sonst natürlich Futter. Müssen wir auch ehrlich sein. Ja, Galeno, 4-Sterne, 3-Sterne. Auch ein bisschen wenig. Sein Problem in Anführungsstrich ist, er hat sowieso schon eine bessere Karte. Also auch eher Futter. Bei Udol ist es wieder das Silber-Upgrade. Ja, schöne Frise da auf der Karte. 2-Sterne, 3-Sterne. Linksverteidiger. Ich sag mal so, Linksverteidiger haben wir genug Alternativen. Äh, das wird also als Futter hier enden. Obwohl er teilweise gute Stats für eine 85er-Grade-Karte hat. Agility Balance ist da. Wir haben Stamina am Start. Tempo-Split ist ausgeglichen. Aber der bräuchte noch ein paar mehr Upgrades. So, Areola von der 84 hoch auf die 88 direkt. Er hat das Problem bei den Torredern. Oh, er hat auch... Ja, nice. Okay, er hat alle 4 Playstyles. Das ist natürlich big, tatsächlich. Gut, da haben wir auch Luris, theoretisch den wahrscheinlich 80, 90% gemacht haben. Insofern könnte das auch wieder nicht relevant sein. Aber er ist 1,95. Ist auf jeden Fall eine Top-Torwart-Karte. Und ja, was für Western-Fans. Und generell, Frankreich-Ling ist da also tendenziell keine schlechte Karte. Dann haben wir Koi Visto. Forster, Forster. Auch ein saftiges Upgrade. Ich meine, sie hat vorher schon... Ah, 3-4. Okay, von 3-4 auf 4-4 jetzt das Upgrade. Also, warum nicht? Kann man auf jeden Fall auch mitnehmen. Dann haben wir Grimaldo. Da habe ich gespannt, ob es ein 88er-Vergleich... Okay. Das ist mal sehr interessant. Oha. Also, der hat wesentlich mehr Pace, der Neue. Dafür 6 weniger Schuss. Da hat tatsächlich die ausgeglichene Karte sozusagen die Winter Wildcard, die wir gestern gezogen haben. Und dann ist es ein Geben und Nehmen. Also, 3 Dev, 1 Physis. Auf der einen Seite hat die neue Karte mehr sozusagen. Aber dann ein wenig Dribbling. Passend ist 1 zu 1 identisch. Und ich weiß nicht. 4 Sterne, 3 Sterne hat der jetzt aber nicht gehabt, ne? Ne, 3 Sterne. Na gut. Das ist natürlich dann schon der wesentliche Vorteil. Und insofern ist... Wenn man das denn so sagen will... Nach wie vor hat diese Karte besser. 4 Sterne, 3 Sterne. Wenn man das so sagen darf, oder? Allein die Tatsache, dass wir natürlich die ZM-Position am Start haben, hat der Team auf der Wicke in dem Fall nicht. Aber schon, wenn man sich jetzt mal überlegt, der dritte Team auf der Wicke für Grimaldo. Geisteskrank. Geisteskrank. Was Leverkusen für Special Card raushaut. Dann haben wir Coppete. Ja, von Mallorca. Aber der, der Torschütze von dem... Ne, Pokalspiel zählt doch nicht, oder? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Oder ist das nicht? Das ist doch eh schon eine Woche her. Ich weiß es nicht. Der Britz, Forster, Forster. Jetzt ist er bei Lyon unterwegs. High-Rated-Futter, muss ich an dieser Stelle sagen. O'Reilly, zweiter Team of the Week schon. Aha, von der 83 jetzt auf die 88 hochgezogen als Featured Team of the Week. Tja, aber jetzt war ehrlich, wer spielt den? Der hat 93 Composures als ZM. 99 Stammer, das ist nice. 1,87. Celtic-Fans freuen sich auf jeden Fall. Hatte er schon vorher, Forster, Forster? Nein, also da war auch das Upgrade sozusagen, sehr cool. Nimmt mal mit. Und dann haben wir Phil Foden. Einen von den Mainmans, wenn wir so wollen. Auf der 88, ganz normales Team of the Week Upgrade. Auf die 89. 4 Sterne, 3 Sterne. Das wäre natürlich nochmal ein Game Changer, wenn der jetzt die Forster, Forster hätte. Und sonst müssen wir sagen, Playstyle mäßig. Okay. 60K ist der jetzt, Playstyle mäßig. Also, das ist einfach eine Top-Karte auch. Einfach eine Top-Karte. Composure könnte noch was mehr sein. Aber Foden ist Foden. Auch da einfach wieder typisch. Ja, dann kommen wir zu Messi. Und ja, da ist sozusagen das Problem, dass sehr, sehr viele natürlich die 97er-Messi-Karte haben. Damals durch diesen Fail sozusagen, der beim Player Pick war. Aber ich persönlich habe Messi auch nicht als blauen. Viele von euch, die gerade zuschauen, werden es auch wahrscheinlich haben. Und insofern wird es interessant sein. Viele werden auch hier die Radioactive-Karte haben. Der hat natürlich den Vorteil, eben sich selber sozusagen die Chemie zu bringen. Ja, und das hat der ENV eben in dem Fall jetzt nicht. Zum normalen. 4 Heading Accuracy drauf. Sonst ein grundsätzlich normales Team of the Week Upgrade. Stamina vor allen Dingen fällt hier auf. Ist der Unterschied zum Radioactive. Elementar. Aber sonst ist das fast auch das Gleiche. Da ist halt der Chemie-Boost mit dem Radioactive-Ding. Ja, und sonst ist halt Messi-Messi, ne? Also da muss man nichts großartig weiter sagen. Die zwei Playstyles noch vielleicht zu erwähnt. Weil die haben wir im Endeffekt ja nur hier. Das waren Technical und Syssef Paths. Sind die jetzt hier identisch? Das wäre natürlich hart witzig. Technical Trivella. Okay. Ja, das ist natürlich nochmal Game Changer dann. Mit den zwei Playstyles Plus. Ja, und sonst bleibt Messi-Messi. 5 Millionen jetzt auf dem Markt kurz nach 19 Uhr. Taliska ist da. Forster, Forster. Ja, genau. Er auch das Problem mit der Radioactive-Karte. Deshalb eher Futter. Dann haben wir Ozyman. Drei Sterne, vier Sterne. Gut, da haben wir die 92er. Stimmt, die habe ich ganz vergessen. Die 92er hätten wir tendenziell auch. Aber ich glaube, diese Karte konnten wir auch auf 91 hochziehen. Ähm, das ist jetzt im Vergleich. Oh ja. Oh ja. Das haben sie jetzt aber, das haben sie gut gemacht. Also ich meine, ja, passen ist wesentlich besser. Aber der Rest? Handy Accuacy. Vier Unterschied. Oha. Ja, ihm fehlt aber auch die Forster, Forster, wenn wir ehrlich sind. Ihm fehlt halt auch noch die Forster, Forster. Das ist halt das, was er noch sozusagen braucht. Und ich meine, wenn wir jetzt hier die Trickertister-Time anschauen, haben wir auch keinen Weakfoot-Upgrade. Äh, Fähigkeiten-Upgrade auf Forster, Forster. Forster, Forster wird aber er haben. Und zwar Solov. Da, finde ich, hätte jetzt auch ein Feature-Team-Hotwig hergemusst. Von der 87 hoch, die 88 hoch. Ist halt dann ein bisschen wenig, um ehrlich zu sein. Hat schon 99 auf Heading Accuacy. Der hätte ein Feature-Team-Hotwig auf jeden Fall von League gehabt. Solov. So ist es leider nur auch SBC-Futter. Aber, ich will dich beckern, Freunde. Wenn wir Solovs ziehen, 88er gewartet. Ey, Freunde. Top. Ja, für SBCs. Top. Da können wir definitiv nicht meckern. Also, Team of the Week lässt sich definitiv wieder sehen. Auch wenn natürlich Messi mit Foden, mit Ozyman auf jeden Fall die Top 3 ist. Nicht ohne Grundlogische Scheiße. Und, ähm, ja. Wir können uns also darauf freuen, auf die neue Promo, die Showdown-Geschichte. Auf ein Best-of-Release. Und deshalb auch die Frage, wann öffnen wir die Packs? Vielleicht ist das die Frage auch des heutigen Videos. Lasst uns beginnen wir auch mal zu wissen, wann soll ich meine Packs öffnen. Sollen wir 84x10er-Pack eben jetzt noch vor Freitag öffnen? Oder dann zum Best-of und so weiter und so fort. Also heißt es vielleicht jetzt erstmal Packs ansammeln. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze macht. Schreibt es da gerne rein und unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns gerne morgen wieder zum Bonus-Upload mit den Fantasy FC-Upgrades. Und sonst natürlich wie jeden Tag zum neues Video-Content hier auf dem Channel. Bis zum nächsten Mal, euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.